Der Labor ist gleich fertig. Mein Fürst, die Raketen sind voll ausgelöst und bereit zum Start. Wenn Pryons Idee funktioniert, wird der erste Gefechtshof genug Schaden anrichten, dass das Fanti-Schlachtschiff keine Probleme mehr machen kann. Nur wenn Pryon wirklich der nicht ist... Mensch, hieß der eben nicht noch Pryon? Der sich ausgibt und seine Geräte wirklich funktionieren, sonst haben wir eine Menge Zeit und Rohstoff verschwendet. Ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um zu sagen, dass ich ihm komplett vertraue. Fürst, Sie können jetzt das Startkommando im Raketenzentrum geben. Nur erst mal hier auch sicher sichern. Raketenzentrum. Macht das sonst irgendwas, das Labor? Ne, sieht nur kummel aus. Ok, Rakete abfeuern. Ihr alle hofft, dass ihr Raketen im Himmel flogen. Das wäre eine Feinde... Das ist eine das feindliche Schlachtschiff erreichen und diesen Krieg beenden würde. Oh! Ich wollte gerade fragen, wo ist denn hier eine Rakete? Ich habe es nicht gesehen. Ist ja doch ein bisschen klein. Und jetzt? Nein. Die erste Rakete traf vorher als Ziel. Die anderen Raketen wurden zerstört, aber das ist nicht mehr wichtig. Die erste startete eine Kettenreaktion, die sie nicht mehr aufhalten können. Und jetzt? Ähm. Das stimmt jetzt auch mit dem Transportschiff. Was? Ne. Das ist mir gerade egal. Ich will jetzt wissen, was damit passiert. Stürzt das jetzt ab? Oder? Das feindliche Schlachtschiff ist auf Skivia abgestürzt. Sieht irgendwie kleiner aus als in dem Bild, aber ok. Zu unserer großen Enttäuschung hat die große Zahl feindliche Kräfte den Angriff aufgrund der Modulstruktur des Schlachtschiffs überlebt. Mehrere Angriffstransportschiffe haben sich vom Mutterschiff vor dem Abschluss getrennt und sind sicher in der Nähe gelandet. Der Krieg war fast gewonnen, aber die wichtige Schlacht steht noch bevor. Erster Glückwunsch mein Fürst, die Augmentierten werden ihre Planeten nicht mehr angreifen können. Sie werden keine anderen Planeten angreifen können, aber sie greifen gerade Skivia an. Wir hatten nie so viele Feinden zu tun. Das wäre ein harter Tag. Diesmal bleibe ich in der Basen und achte auf Prion. Heißt das, ich muss jetzt... Abschlussstelle. Mehrere Feindstaaten landen neben der Abschlussstelle. Sie müssen zuschlagen, wenn unser Feind auch ungeordnet ist. Ja komm. Scheiß auf Verteidigung. Achtung, wichtige Mission. Okay, der Hangar ist voll. Werder Feindler landen neben der Abschlussstelle. Ich habe immer noch Angriffsschiffe. Pion gab es doch bei Warcraft. Ja. Muss mal gucken, läuft. Ich glaube der zweite Teil lief sogar mit Wein. Könnte ich den mal irgendwann mal. Ui. 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 Das ist aber... Das ist eine größere Map. Ui. Und ich weiß schon mal gar nicht, wie ich das jetzt hier... Das fängt schon mal sehr unschön an. Das sehe ich direkt. Das war ja das hier. Es sind alle überlebenden Feindlichen Transportschiffe gelandet. Wir stellen Handel vor. Die Feindlichen Einheiten, die sie organisieren. Die Feindlichen Transportschiffe. 1, 2, 3... Alter, wie soll ich denn die alle zerstören? Jetzt haben die hier auch nur begrenzt viele Einheiten. Das wäre ganz geil. Oh, der kommt dann herglaube. Oh, ich habe den Scharfschützen nicht gesehen. So bekomme ich gar keine Unterstützung. Vielleicht hätte ich erst dann die Missionen alle so abwehren sollen. Damit ich dann halt technisch... So, wenn die keine weiteren Missionen schicken, dann wird alles andere... Ja, ist doch unterstützt. Irgendwie kommt natürlich unterstützt, dann klar. Ja, der will jetzt einfach meine Adlerien zerstören, oder? Nein, der nimmt das mal zier. Der zerstört meine Adlerien. Was bist du denn? Augmentierter Hacker, natürlich. Moment, falsche Einheit. Ich will doch ihn haben. Und du kennst den da? Willst du den? Du kennst ihn nicht. Gut, ähm... Zurück. Fuck. Ich will das mit diesem Hacker hier losreden. Bevor der mich groß hacken kann. Knickt mir sogar. Okay. Okay. Ich will das ja schnell jetzt gleich wieder ganz viel Zeug nachspawnen. Wäre vielleicht klug gewesen zu gucken, ob ich die... die Verteidigungsmission alle hätte machen können, dann einfach so Ruhe für die Mission. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht so einfach machen. Administrator hat ja auch mutiert und ist auf einem offenen Kanal. Wechselkanal. Herzlichen Glückwunsch für Songlong. Die Rakete kam überraschend. Ich wette, dass Prion dahinter steckte. Wören sie mich, Junge? Sind sie mit dem Schaden zufrieden, den sie angelegt haben? Hunderte Tode, die ewig hätten leben können? Ach. Ewiges Leben ist auch überschwitzt. Fuck. Fuck. Noch mehr Fuck. Ich muss jetzt das und das gehen können. Ich will gar nicht die Einheiten. Glaube ich nicht die Einheiten. Ich will mal raketisch wieder einsetzen. Ere. Nein. Nein. Das sieht aber mit dem kritischen Treffer aus, ne? Nicht so gut. Ich habe da noch einen Cheap. Vielleicht kann ich den so platzieren, dass ich jetzt noch einen Cheap habe und den da platziere. Ändert sich nichts. Okay. Und wenn ich ihn woanders platziere? Dann ändert sich was. Sehr gut. Naja, lasst mir keine Wahl. Ich sehe mich als Mensch und werde kämpfen, um ein Mensch zu bleiben. Jaja. Also sie haben nicht einen Moment darüber nachgedacht, dass sie zum Scheinern verurteilt sind. Menschen haben selbst gewählt, Kreaturen mit unterliegender Kraft entelekt zu sein, als sie die Argumentation ablehnten. Unsere Wissenschaft ist fern ihrer Vorstellungskraft, weil unsere Wissenschaftler und intelligentesten Köpfe nicht alt werden und nicht sterben. Sie haben sie selbst gesehen, ihre Arbeit und ihren Einsatz. Sie können jetzt mit ihnen gemeinsam arbeiten. Aber jetzt haben diese Gelegenheit für einen Menschen den Körper eingetauscht. Nach ein paar Jahren wird der Körper sie töten. Ihre Wahl hat mir die Freiheit zu handeln gegeben und rechtfertigt. Was ich nun tun werde? Aktivierungscode das Pferd. Jetzt erzähle ich mir auch noch einen vom Pferd. Mensch auf der alten Erde ritten auf Pferden. Aber was hat ein Pferd mit der derzeitigen Situation zu tun? Das will ich auch gar nicht wissen. Das will ich wirklich nicht wissen. Das Problem ist halt, dass ich hier nicht rauskomme. Und wer weiß, wie viele Einheiten die noch hat. Ich darf ihn jetzt nicht an die falsche Stelle stellen. Ich fliege ihn nicht down. Nein, das war der falsche. Gucken, da können die mich angreifen. Ich kann nichts mehr machen daraus. Ah, der hat Konderangriff. Schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen. Ja, jetzt würde ich Artillerie verlieren. Ich hätte das Ding zerstören sollen. Ja, der will jetzt noch einer. Ja, der zerstört jetzt nochmal eine zweite. Nein? Doch. Ah, leck mich doch. Überstücke ich mit Pryony. Er hat den Eingang zu seinem Lobok blockiert. Seine Gesundheitsdaten zeigen, dass er in einer Tiefschlafphase ist. Aber seine Handlungen scheinen im Wachzustand zu erfolgen. Er träumt nicht. Er steht in der Diagnose. Stoppen Sie ihn so schnell Sie können. Sie haben alles verloren fürs Tunktun. Ich gebe Ihnen die Chance, Sie zu ergeben. Ich werde ihn Aufgabe gemäß Ihrem Kriegskodex annehmen. Oh, der Spawn gleich wieder war es. Ich muss das Ding zerstören. Ich verstehe schon. Es wird nichts mehr. Neu beginnen. Gut, ich muss als erstes mal das Ding zerstören, damit er hier nichts mehr spawnen kann. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Also zerstören. Was danach kommt, das ist vielleicht schon eher am Bill Raid. Ja. Und dann erst mal weg damit, so. Klinischer Treffer. Der stellt sich jetzt wieder da unten hin, weil ich nicht so. für uns gut gefällt. Keine Ahnung, was man wieder unten anstellt. Er gibt dich lieber. Ja, ich würde mich auch lieber denen anschließen, aber... Das Spiel lässt mich ja nicht. Ich muss wieder für die uncoole Seite kämpfen. Ja, aber das Konterangriffen, ne? Dann machen wir das doch lieber so. Wir stellen doch so ein Jeep als Ablenkungsmanöver da mal hin. Vielleicht funktioniert es ja. Nein, er wird auch mal eine Antillerie schießen. Ah nein, er guckt mich erstmal ganz genau an. Das ist natürlich auch schön. Das ist jetzt nicht so schön. Aber der muss dazu erstmal näher kommen. Scheiße, der lebt noch so eine Tregendummer. Ich finde es erstmal was. An der Wien natürlich. Ja, ja, bla bla. Spawn da drüben, so eine endlose Menge an Einheiten. Ich muss bis dahin fahren. Ich muss nur das Ding da kennen. Das ist jetzt einfach gesagt alles getan. Ist der Rakete einsatzbereit? Sie ist einsatzbereit. Ja, dann funktioniert das doch sogar. Das Problem ist, er kann jetzt wieder hinlaufen und wieder drauf schießen. Dann wird er jetzt gleich wieder und wieder so eine Einheiten. Was? Achso, der macht acht Schaden. Ich probiere mal kurz was anderes aus. Ist das jetzt irgendwie so? Warte mal kurz. So, ich habe den noch gar nicht mit der Rakete abgeschossen. Äh, Rakete abfeuern. Gut. Ich möchte noch mal was gucken hier. Achso, das Ding fliegt neu. Ja, ja. Muss mal kurz was ausprobieren. Wenn ich die Liste hier schon wieder sehe. Ja, muss kotzen. Ist das wirklich die letzte Mission? Und man kann sie dann... Ach, das ist der Müll schon wieder. War nicht schon beim letzten Mal so lustig. Machen wir das doch nochmal. Ich muss doch mal was ausprobieren. So. Wie ist das da ein? Das interessiert mir wirklich niemanden. Kannst du mich töten? 5... Ach, der hat keine Scheiße. Kann er halt einfach mal. Äh, tut er aber nicht. Okay. Pff. Dann eben nicht. Ähm. Einen Tag neunzehn oder neunzehn. Einen Tag vierzehn stunden. Komme ich da noch rechtzeitig an? Ja. Ja, ja. 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 Ich glaube fast... Also wenn die sich nicht mehr ausbreiten, dann wäre das schon echt geil. Dann könnte ich noch ein bisschen Forschung betreiben. Aber erst dann muss ich hier auch schnell für Ordnung sorgen. Ich bin nur nicht sicher, ob ich zu dem einen noch rechtzeitig hinkomme. Ist das da ein Hacker? Ist das da ein Hacker? Ach, sind sogar zwei Hacker? Ja. Soll ja nicht langweilig werden ne? Stell dir mal vor, es wäre nur ein Hacker. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll den ganzen Tag. Ach, komm schon. Ja. Geh es dir mal ficken, nur streck spielen. Ach, der kann mein Schiff angreifen. Okay, Rückzug, neu beginnen. Ich würde gerne noch so ein bisschen Forschung betreiben, um noch meinen Hoch zu rüsten. Das könnte ganz nützlich sein, so in der möglicherweise letzten Mission. Können sie das halt wirklich als nützlicher weisen. Ja. Ja. Ich korrigiere, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Zeige mir das Ding nicht an. So. Irgendwie, ja. Ich habe die vorher nicht so gemacht, die Mission. Weiß ich auch nicht. Schaffe ich das noch? Knapp, aber ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir haben jetzt kein Schiff mehr und wenn sichwann da nicht ausbreiten können... Ich weiß halt nicht, ob sie sich ausbreiten können. Wenn nicht, wäre das schon cool. Mein Forschungsabot ist fertig. Forschungszentrum 3. Wollen wir hier so rosa flecken? Keine Ahnung. So, zusätzliche Modulplatz verbessern. Ja, bitte. Ich würde vielleicht auch gerne noch so ein bisschen was hier schlachten. Gut, gucken wir doch mal. Das wäre schon toll, wenn ich jetzt einfach noch mal alles erforschen könnte. Das wäre schon... Ui. Ui, 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 ui. Hm, ob das hier auch wieder funktioniert? Hm, ich kann mit dem nicht einfach durchlaufen. Aber ich könnte mit dem Kanzler... Wo ist er denn Kanzler? Hier. Was macht hier Schaden? Mal gucken, was die jetzt machen. Schauen wir mal nicht mehr, dass auch mein Helikopter schießen. Wir schießen jetzt ab, ne? Ich glaube, wir werden es auch schaffen. Ja, wir schauen, das ist auch toll. Hat sich gelohnt. Hat schon mal richtig gut funktioniert, was ich war. Natürlich kann er direkt noch mal einhalten. Ja, mhm, ist ja auch gleich noch bewegen. Ja, mhm, warum denn nicht? Äh, ja. Mhm. Das wird so schon mal wieder gar nichts. Aber die Mission kenne ich auch noch nicht. Hm. Ja, sie hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, für jedes Feld eine eigene Mission zu entwickeln. Das ist doch schon mal was. Gut, dann... Weh. Lassen wir sie mal kommen. Hm. Das ist doch alles kack hier. Ja.